hallo und ein herzliches willkommen zurück zu diesem let's play life is strange before the storm ja wir sind gerade von der schule her suspendiert worden habt ihr gerade mitbekommen in der letzten folge und ja wollen jetzt zum ich wollte gerade sagen zu mom und dad aber das ist eher mom und freund aber wir können es jetzt mal ein bisschen umschauen hier noch was ist denn hier so wichtig es geht ja ich weiß wie man sich bewegt wie wir es die mitsch anschauen ja chloe ich glaube das ist ein bisschen anders gemeint aber nicht okay schauen was gibt es denn noch schönes hier kann man sich in den wagen was anschauen und ankündigung hier eine menge zu lesen so bewegen uns auch da liegt noch was schlagloch ist das wichtig das scheint wohl schon länger da zu sein würde ich sagen was haben wir da hohe alarmstufe ja das feuer hat sie gelegt aber er aus der wut heraus nicht mit absicht dagegen mal wahrscheinlich war ihr das gar nicht bewusst gewesen was damit anrichtet oh da steht doch jemand elliot elliot and i have gone to school together since we were in kindergarten until today hey elliot what brings chloe price to school on a saturday morning nothing good i bet i was suspended wait really holy shit i know i'm surprised it took this long too do you want a hug do you want a hug okay okay da freut sich auch jemand thanks yeah it sucks for rachel too she was kicked out of the play because she'll live harsh man anyway what are you doing here i thought i should come early Für die Tempest? Du sagst, wir könnten es gemeinsam sehen. Oh, richtig. Good call. Hast du meine Texte? About hanging out afterwards? Actually, ich dachte, vielleicht werde ich nicht nach dem Tempest gehen. The more I think about being at Blackwell tonight, the more I want to throw up. Oh, yeah, that makes sense. I should have thought of that. Do you just want to hang out instead? Nah, I think I'll just chill at home. You don't mind, right? It's totally cool. No problem. Next time, okay? I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah, later. My other vehicle is Trauma. Hehehe. 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 Ich vermute mal, jetzt haben wir alles gesehen. Ein Auto, okay. Gehört das irgendjemanden? His head much? That has to be Skip's car. Okay. Ich vermute mal, auf der anderen Seite können wir uns nichts anschauen oder so. Zur Vorsicht gehe ich einfach mal eben kurz hin rüber. Aber ich vermute einfach mal, dass hier... Gut, ein Moped können wir uns anschauen. Okay. Noch ein Auto. Okay. Wells' car. Rushing spirits must pay pretty well. Tja, schade kurz, dass du da gerade kein Grafisch drauf machen könnt, ne? Hehehe. Das wird euch jetzt Spaß bringen. Was? Oh. Oh. Da haben wir noch Feines hier noch. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Ein Bigfoot Kostüm. Da haben wir nichts. Ich vermute mal, wir haben jetzt alles auf dem Parkplatz gesehen. Oh, da ist noch was. Okay. Das wird uns auch nicht weiter. Töten wir noch eine Schachtel. David, bitte. Oh, hier haben wir noch was. Das ist was sie best tun hier in Blackwell. Empte Dinge aus und sie abgelassen. Töten sie ab. 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 Entfernen mit. Well, das hat alles Thanks alles gesehen und jetzt gehen wir halt zu Mom. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which of course, just makes this worse. I'll handle it. Chloe, after today. Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? This isn't a fight, Chloe. It's a conversation. Remember that. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe, if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. David, that's out of line. You weren't with us in there. Chloe was treated unfairly. Now you're making excuses for her? Chloe needs to take responsibility. I decide what Chloe needs. Not you. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Hm. Klar oder nein? Ja, man kann's ja mal probieren, also... Sure. Reset-Button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. David, do you really think now is the right time? Joyce, please. We must be a united front. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, you saw how I was treated in there. Now you want to treat me the same way? I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe. And I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Oh, another important decision. Will it be allowed to do it? Will it be allowed to be allowed to be allowed. Will it be allowed to be allowed? Well, I don't have drugs, I just have an old cigarette on me. And, uh, I have just!! We can have my fire on it. Can let me just be allowed to be allowed. That doesn't matter. No worries. You want me, I don't want you, of course, I am going through. Hahaha. You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Oh, David. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Sure. As long as you promise to never speak to this asshole again. Chloe. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. You're trying. I get it. I swear, I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Hey, 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 hey. That was my conversation. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. Is this junkyard all I've got left? Is this junkyard all I've got left? Is this junkyard all I've got left? How do I've got left? Is this junkyard all I've got? Is this junkyard all I've got? Is this junkyard all I've got? Like, let's open your whole house. After that, I want to add to all thepreneurs, which is what I've got left when you come in. Yeah, I like it. And not to me, I want to add to you. Oh, 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 oh. Und wie haben wir eine neue Nachricht bekommen? Okay. Wir sollen also versuchen, jetzt den Wagen wieder in die Gänge zu bekommen. Okay. 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 Wo finden wir jetzt eine Batterie, Mensch? Oh, ein Handtuch. Beweis, wozu wir das eventuell noch gebrauchen können. Ich habe noch ein Schild. Geh mir nicht, was zu tun. Glühbchen. Ich wollte immer einen Petsnake. Insofern habe ich David. Scheiße, alles. Alles für nützliche Dinge, die wir vielleicht noch im Winter gebrauchen können. Dann wissen wir schon mal, wo sie sind. Ah, was ist das denn hier? Ein Messer? Hier ist ein Schild von Arcadia Bay, die nicht auf die Postkarte. Die Postkarte. Das Ding sieht ein bisschen neu. Vielleicht die Batterie funktioniert noch? Was are you trying to hide under there, Hood? Das Ding sieht ein bisschen aus. Eine schöne, gute Autobatterie. Okay, schauen wir nochmal hier rum. Ich habe gerade noch was gesehen, hier haben Mutterhaube. Ja, die geht nicht mehr jetzt. Okay, haben wir sonst noch was hier? Ich glaube, die Tage sind jetzt offiziell schon vorbei. Ich glaube, sonst ist hier nichts weiter. Dann gehe ich nochmal zurück und setze jetzt mal die Autobatterie ein. Oh, noch was? Bezahlliche Hinweis. Wow. Shitty Ride-Drugdealer. Das Auto wurde also beschlagnahmt. Da wurde schon nur einiges ausgeschlachtet. Und wir haben jetzt die Batterie. So. Da steht da ja unser Fluchtfahrzeug wahrscheinlich. Ach, der schreckt mich doch nicht so. Ach, der schreckt mich doch nicht so. Ja, damit geht es auch. Ich bin endlich mal, da schreckt mich doch noch nicht so. Ja. Ach, der schreckt mich doch nicht so. Dann mache ich das, was ich jetzt bensche. Ja, dann müssen wir wohl einen Haufen über den Wagen, was haben wir hier, den rüstigen Boden? Ah, siehste, wir haben gerade ein paar Sachen gesehen. Noch mehr zum Reparieren, ah, hier. So, jetzt haben wir aber alles gesehen, glaube ich. So, Leute, ich mache jetzt mal wieder eine Pause und beim nächsten Mal, dann schauen wir mal, wie wir den Wagen hier aufmöbeln können und reparieren können. Wir haben ja zum Glück gerade eben die ganzen Sachen alles schon gefunden. Ich brauche die eigentlich nur noch einsammeln. Das macht mir dann beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Life is Strange Before the Storm. Ich würde mich auch mal über Kommentare freuen, wie ihr euch hier findet, die Geschichte mit Chloe und Rachel. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, Ciao, euer Rode, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.